Aber wieso? Wieso? Wieso machst du das nur? Iron Man, ich bin derjenige, der dich töten will. Wir müssen das machen. Die schlimmste Ahnung, Herr Miner. Warte. Warum tust du, was du tust? Master Bruce, es ist vielleicht antiklimaktisch, aber ich dachte, sie könnten nun endlich Weihnachten feiern. Jetzt, wo der Joker gefasst ist. Bane ist noch da draußen. Ich muss das Signal des Peilsenders finden, den er trägt. Selbst sie müssen essen, Sir. Wenn du nicht die Polizei gerufen hättest, wäre er jetzt in Gewahrsam. Wissen Sie, ich habe auch etwas versprochen. Ihren Eltern. Nicht jetzt Alfred. Er ist evakuiert. Wir haben Bombenunterfundament gefunden. Die Leichen, die am Royal. Irgend so ein zugeknallter Freak. Bestimmt 200 Kilo Muskeln. Hat sechs Cops gebraucht, ihn niederzuschießen. Könnte Bane oder einer seiner Männer sein. Wenn ich es schnell in die Leichenhalle schaffe, kann ich Leiche und Obduktionsbericht untersuchen. Nun, bevor Sie gehen, ich habe die chemische Substanz aus dem Stahlwerk untersucht. Sie stimmt mit ihrem globulären Projektil für nicht-letale Fixierungen überall. Du meinst die Klebergranate? In der Tat, das Harz ist ausgehärtet. Es liegt an Ihrer Werkbank. Natürlich würde ich empfehlen, es hier im Labor zu testen, bevor Sie gehen. Aber Sie hören ja nicht auf mich. Tun Sie ja nicht. Also werden Sie es wohl nicht testen, oder? Es nennt sich Praxistest, Alfred. Was ist denn los? Stopp! Was ist denn los? Was tust du? Ich kann Sie nicht guten Gewissens gehen lassen. Sie sind diesen Killern unterlegen und... Sie sind kein harter Ordnungshüter. Sie sind ein junger Mann mit einem Fond und zu viel Zorn. Sie sind dem nicht gewachsen und ich... Ich will nicht, dass Sie deshalb sterben. Alfred, wen siehst du, wenn du mich ansiehst? Den Jungen, dessen Schuhe du jeden Morgen gebunden hast? Den Teenager vor seinem ersten Date? Wenn du nachts hier bist, bin ich da draußen. Das Einzige zwischen den Unschuldigen und den Raubtieren. Nein, nicht mag sein. Es ist, wenn der Räuber oder Dieb zweimal nachdenkt. Das ist Angst. Das ist, was ich bin. Deswegen kamen die Killer. Weil ich der Grund bin, dass sich die Kriminellen auf die Mordendämmerung freuen. Also nein, Alfred, ich bin dem gewachsen. Wird wohl nicht mein Ende sein, aber Ihres ganz bestimmt. Ich hoffe, Sie verstehen, dass es nicht einfach ist, wie Sie PD marschieren können, nachdem was passiert ist. Ich weiß, dass das nicht geht. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. In der Tat. Sir, es tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ich hoffe, Sie verstehen. Es war nur, weil... Schon gut. Ich verstehe. Ich verstehe in Schädigkeiten. Nicht aufgeben! Das ist unser Revier. Das restet überhaupt. Das ist unser Revier. Das ist unser Revier. Oh, ich werde das kennen. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz. Ah, ich werde dasên! Esbaldien! Ich will jetzt nicht mit den Aktienbeeren! Ich habe den Markt aufgeteilt.